Hallo, ich bin René von der Schießstelle Becker und wir wollen über die Schießen gehen und zwar mit einer halbautomatischen Büchse. Hier aus dem Hause Schmeißer, der Dynamic in Farbton FDE. Hier verbaut ein Schmeißer-Ziefernrohr und ein kleines Mini-Falke als Rotpunktvisier im Kaliber 223, also 5,56 x 45 mm. Macht wirklich viel Spaß, ihr seht es selbst, bis gleich auf der Schießbahn. Schmeißer-Ziefernrohr Ja, hier haben wir uns auch nochmal unsere Schmeißer. Ihr habt es gesehen, fällt es wirklich zu schießen. Und wenn ihr es Interesse abmalen, mit so einer Schmeiße zu schießen, dann könnt ihr es sehr, sehr gerne bei uns bei der Schießschule Becker über ein Schnupperschießen machen. Für alle, die so eine Waffe mal kaufen wollen oder eine andere Waffe, ihr könnt zum Beispiel diese Schmeißer, aber auch andere Waffen bei uns beim Waffenhandel Becker, bei entsprechendem Kaufinteresse, tatsächlich auch Probeschießen. Und natürlich dann mit entsprechenden Erwerbsberechtigungen dann auch bei uns über den Waffenhandel Becker erwerben. Für alle angehenden Sportschützen, denen auch der Waffensachkundekurs für Sportschützen fehlt, denen empfehle ich tatsächlich einen Waffensachkundekurs bei uns bei der Schießschule Becker. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Vielen Dank.